. Firmino, Firmino! Zahra! Wow! Mit dem Ding gewinnst du jede Misswahl! Antonio Puertas juega atrás el balón para Sergio Busquets. El balón es para Leo Messi. Messi buscando a Antoine Griezmann. La deja para Arturo Vidal. Llega Leo! Del Barcelona, minuto 30, segundo evitar. Jugada que arranca. Ricky Puzz robando el balón. El balón es para el balón. El balón es el balón es el balón. Esa es la última, la última, la última, la temporada. El campeonato de Francia. Sólo es una vez más. Edio puede ir a la vuelta y el balón es el balón. Y el balón es el balón. Hier ist Wayne Rooney. Ronaldo ist mit ihm. Rooney hat sich gefunden, Ronaldo. Wie ist das? Das ist der erste Schritt. Von Startrennen. Und hat mit Neibar die nächste Gelegenheit. Volles Tempo. Wunderbar. Angel Di Maria, Mbappé, Neibar. Es ist ja sensationell. Es ist sensationell, Freunde. Es ist unglaublich. Higuaín. Higuaín, Higuaín, Higuaín. Tutto provato in allenamento. Higuaín davanti alla porta. Higuaín! Juve in goal. Higuaín! 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 Higuaín, Higuaín, Higuaín. Higuaín, Higuaín. Neymar, Suárez. Und sie haben sie hier. Und sie haben sie hier. Neymar in für Barcelona. Lionel Messi. Da geht's Cech! Messi score. Und das ist wie schnell sie können. Die Big Three combined. Und Barcelona leaden. Ja. Sunktious flick von Özil. Und Gwendouzi. Und hier ist Lacazette. Und zurück ist Ozil. Oh, das ist ein sensationell goal von Arsenal. Total Football Mesmerich Stubb Topler, Lingard Excellent Football, Martial Oh, that's a brilliant goal That is superb from Manchester United The speed of play The accuracy of the pass The unerring finish Cardiff won Outstanding from Manchester United They were tested Portoir Safely grabbed And it's just time for De Bruyne To lead this attack Japan desperate to cover the spaces They can't do so for the moment Lukaku and here's the winner Oh, can you believe it? Nasr Sergi Roberto and another contra for Barcelona Another contra for Barça There's the pass now, Messi Messi looking for the change of orientation For Arturo Vidal Arturo Vidal with Suárez Suárez who leaves it Suárez again He's with Azo A point to mark Piqué Oh, look, Messi Goal by Messi Goal 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 Marcelo Isco Marcelo encore Benzema Magnifique Magnifique Benzema Vazquez Yo Get it, let's go Goal So Ali Eriksen Towards him That's beautiful What a move And what a goal Superb football from top Ronaldo Beautiful to Kaká Back to Ronaldo Ich bin der Fußball, das ist der Ende der Schlussfolgerung. Benzema drives ihn, erinnert sich, oh, Fjörgård, Fjörgård. Er hat das angefangen, wie Cristiano Ronaldo. Gürgård, Gürgård. Oh, and then Ramsey with the most delightful of finishes. He was only his second. Jack Wilshere, Grisola, Giroud, Giroud again. Jack Wilshere. It's stunning from Arsenal. Piero, 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 Fopo! Es gibt alle Möglichkeiten. Wir haben auch Basel gewonnen. Jetzt wird der 3-3. Zane, aber es ist einfach nicht gut. Es ist wieder ein Blast. Zlatan, Di Maria, Zlatan, Di Maria, Di Maria über Matt Wilde. Das ist die Klasse, die Räumse von Matt Wilde. Das ist die Klasse! Niemann! Neymar! Oh, auf der 3e! Wie toll! Messi 1-1! Wow! Ein tolles Koppel! Das ist die Klasse! Nelka nach Deco findet Lampard. Es ist Showtime! Es ist absolut Wahnsinn! Es gibt noch viele bessere Koffer, als die Koffer in dieser Saison. Schau mal an das! Schau mal an! Schau mal an! Schau mal an! Und hier für Tineman! Das ist die Koffer! Das ist die Koffer. Manegaschi hat etwas gemacht. Interessant. Malen. Malen. Ohne, Herr Schau mal an! Schau mal an! Ohne, Herr Schau mal an! Wie geht es auf die Koffer! Und jetzt geht es auf die Koffer! Und mit der Koffer! Der Koffer! Die Koffer! Koffer! Sarra! Versuch Kato mit ein wunderbarer Rückkehr! Was ein Tor! Das ist! Jorginho, Amsic zuerst, Mertens controler, Amsic zuerst! Mannen, Amsic zuerst! Dani Carvajal, Kasemiro, der Torre von Jovic kommt, der Ball kommt, der Ball kommt! Hier ist Neymar, Soares, Adriano, Soares, Neymar, Soares! Die youth teams do this, just play the ball endlessly around the edge of their opponent's penalty area, then suddenly break with devastating consequences. Saviola, Cambiasso, Cambiasso! They've done it! They've done it! And scored a fantastic goal! Arsenal looking to try their luck again, Rosicki, Wilshire, Rosicki, back to Thomas Rosicki! Special, special goal! There! Kipperman! Kukki, Amsic, played on by Walker! Timo Kukki, he scores it for Cable! Get the ball! Go! 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 It's well blocked for Mitrovic. And it's Martin Terrier who goes from the left. Get the ball! Maybe there's also a little too touch here from Fernand Mendy, but it's going. And it's great! Mit Mämpis, der schaut und sieht Traoré, er war generös und Traoré hat es geschafft. Ein Spieler auf der Erde, ein anderer dann. Und dann ist der Platz. Er geht nach unten und der Referee gibt es eine Penalte. Leicester City haben eine Penalte. Er hat in Zeit in der Ende. Antony Krakat hat die Chance, zu senden Leicester City zu Wembley. Elmounia saves in! Und again, Kassetti clears! Unbelievable! Unbelievable! Elmounia keeps Watford in it. And Anja breaks downfield und finds Forestieri. Forestieri rein in die Richtung. Gets the crossing. Hawke ist da. Heads it down. Deed ist da! Ohhhh! Tastes Watford to Wembley! Unbelievable! There's a pitch in bait. And at Watford. Troy Deeney scores the winning golf! To send Watford to Wembley! To send Watford to Wembley!